. 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 Scheisse! Das nimmst du nicht auf, das ist Scheisse. Das stichst du raus. Ich habe Mittagessen gesagt, dass von Eisern keiner flucht. So einfach. Darf ich ganz kurz? Du bist so. Oh! So? Ui! Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt im Wettkampf umsetzen können. Mal wieder das Kribbeln haben und das Gefühl haben. So ein bisschen Druck und so. Und trotzdem, ja. Du musst wegen dem so lachen. Sorry! Aber ich finde dich so herzig. Wir haben eben gehört, dass in Deutschland so eine Tornierserie... Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Das denke ich nicht. Nee, nee, nee. Das denke ich nicht. Warte, ich bin mega unzähl im meine zweiten Antwort. Hahahaha. Du bist ja in der Dekoration! Hahahaha. Hahahaha. Darum muss sie ja gut aussehen. Hahaha